Hallo, kurz zurück auf dem Tuning-Blog-Kanal. Aufgrund einiger Nachfragen heute mal ein kleiner Trick, wie man bei der G-Reihe von BMW 5er, meiner Meinung nach bei allen G-Reihen, also auch dem 3er und Co, die Scheibenwischer anklappen kann, weil das funktioniert ja nicht aufgrund Motorhaube. Und da gibt es eine Service-Stellung, die zeige ich euch jetzt, ist ganz simpel. Einfach rein ins Auto, Zündung an, oder eigentlich ist die ja prinzipiell an, in den G-Modellen. Und dann nehmt ihr einfach den Scheibenwischerhebel, drückt den nach unten, dann fangt die kurz an mit Wischen, haltet den gedrückt und das war es schon gewesen. So, jetzt stehen die so. Jetzt kann man die entweder hochklappen, wenn es zum Beispiel im Winter ist, damit die nicht anfrieren, oder eben wenn die Wischerblätter gewechselt werden müssen. Und damit die dann wieder runtergehen, einfach Motor an, einmal betätigen und sind sie wieder normal, dann war es das gewesen. Und dann können wir jetzt mal wieder runtergehen, wenn es zum Beispiel im Winter ist, damit die Wischerblätter gewechselt werden müssen. Und dann können wir jetzt wieder runtergehen, wenn es zum Beispiel im Winter ist, damit die Wischerblätter gewechselt werden müssen. Und dann können wir jetzt wieder runtergehen, wenn es zum Beispiel im Winter ist, damit die Wischerblätter gewechselt werden müssen. Und dann können wir jetzt wieder runtergehen, wenn es zum Beispiel im Winter ist, damit die Wischerblätter gewechselt werden müssen.